Ein schickes Platz hier in Erde, oder? Für die nächsten zwei Jahre kann ich das hier mein Zuhause nennen. Was ist nun los mit dir, Payne? Hat dir der Knast nicht gereicht? Wir haben nen Scheiß abgemacht, McKenzie. Nen Scheiß. Dann wünsche ich dir noch schöne zwei Jahre Aufenthalt. Vielleicht mit noch zwei weiteren drauf. Du kennst uns. Und was ist, wenn mich dein Gelaber nen Scheiß interessiert? Du hast noch gesagt, dass du da raus willst, oder nicht? Und wenn ich nie wieder raus will, was dann? Sieh es als guten Gefallen von einem Bundesagent. Und wenn mich dein Gelaber von einem Bundesagent. Und wenn mich dein Gelaber von einem Bundesagent. Und wenn ich dich? Wenn wir nicht erzählen, dass du den Zell in der Zeit die Zell.